Hey Leute, was geht aber damit? Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal zuvor. Schnell Leute, heute holen wir uns den Ragnarök ab. Wir gehen jetzt dazu, zu den letzten beiden, äh, ja, wie soll ich sagen, zu den letzten beiden Secret Stars. Wir müssen einmal nach da hinten fliegen, dann nochmal nach hier gehen, hier. So, einen Moment, holen wir uns mal eben. Ragnarök, zack. Da haben wir 50-50 spielen, wo man sich nach oben bauen kann und dann, äh, fliegen kann, dadurch. Werd ich das jetzt machen. Auf geht's, will ich sagen. Hm, let's go. Was da? Zack. Zack. Dann hat es kurz wieder nach oben bauen gleich und wieder nach da hinten fliegen. Und wenn wir nach da hinten geflogen sind, dann haben wir den Ragnarök, hoffe ich. Also, ich hoffe jetzt mal, dass wir da hinten ankommen. Aber, glaube ich, schaffen wir. Müssen wir das Haus? Nee. Ach, da hinten ist das Haus. Leute, wir müssen nach... Zack. Da hinten fliegen. Können wir da mit einem Ruck hin? Ja, guckt mal, Leute. Da sind wir auch schon. Ich brauche schon mal ganz kurz einmal Holz, um da hochzukommen. So, Leute, let's go. Ne? Hä? Ich checke's gerade nicht. Bin ich falsch? Ach, da oben drauf. Mann. Ach, Leute. Zack. Und? Da ist er. Let's go. Ähm. Jetzt haben wir zwei Battlestars in einer Runde geholt. Jetzt würde ich sagen, jetzt müssen wir noch ganz kurz uns, ja, töten. Leute, machen wir mal eben schnell, ne? Zack. 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 Goodbye. So. Jetzt müssen wir ganz kurz 100 Sekunden warten, denn in der Zeit können wir uns ja schon mal auf den Ragnarök vorbereiten, der jetzt gleich kommt. Und dann krieg ich auch schon gleichzeitig die Picke. Ich bin ja nicht ganz fertig mit meinem Ragnarök, weil ich auf den 2. Account Level 50 bin und, ähm, Ja. Deswegen bin ich halt auf meinem 1. Account nicht so hoch. Ich glaube, ich bin jetzt Level 77. Ja. Ich hätte noch eine Chest in Paradise Palms mitnehmen können, dann wäre ich noch, hätte ich noch eine Woche abgeschlossen. Ich weiß gar nicht was, musste ich noch. Ah ja. Ich muss noch, um den, äh, Ding zu bekommen, den, äh, Roadtrip Skin, muss ich noch, äh, Woche 6 abschließen. Das bedeutet, ich muss, ähm, Time Trials machen. Das bedeutet, ich muss noch, so mal diese Zeit Challenges machen, Jump'n'Rons. Hm, wird ganz lustig. Macht auch ein Video dazu. Ja, wir warten noch mal ganz kurz, bis wir sterben. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Und die Leute, die schon sehen mal wieder, äh, wie wir den Ragnarök bekommen, ist gut, einfach bis zum Ende. Ähm. Ich seh dir's. Zack. Zack. Komm schon, 30 Sekunden. Hm. So nervig. Wir können ja in der Zeit noch ein bisschen umkrabbeln und uns mal... Nein. 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 Geh weg. Nein. No skin. No skin. No. Nein, 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 nein. Lass mich in Frieden. Nein! Hör auf, mich hoch zu heilen. Ich krieg die Krise. Was haust du mit mir jetzt? Geh weg! Lass mich in Ruhe! Nein! Mann! Hau ab! Das Spiel lenkt sich auf. Lass mich doch in Ruhe. Du merkst doch, dass ich sterben möchte. Ey. Das geht mir schon wieder tierisch auf die Nerven. Leck dich. Todes. So, jetzt aber. Jetzt hilft mir zum Glück keiner mehr hoch. Vor allem mit 6 HP noch hochgeholfen zu bekommen ist echt doof. Was? Hast du gerade da hinten gelacht? Hast du gerade da hinten gelacht? Ist ja alles nett und gut gemeint, aber ganz ehrlich, wenn jemand da liegt und sich nochmal tötet, dann bitte hört auf einen hoch zu holen. Das läuft. Oh Mann. Was? Ja. Eben. Ist ja das Problem. Ach so. Ach so, ja. Leute, man kann nicht mehr ins Meer einfach springen, also sich selbst umbringen mit dem Meer. Sonst zählt die Aufgabe nicht mehr. So, und jetzt hier in Ragnarök. Drei, zwei, eins. Bam. 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 Die Pick habe ich auch schon bekommen. Zack, zack, zack. Nice, Leute. Da ist der Ragnarök. Achtung. Hier ist er. Zack. Bam. Hier ist der gute alte Ragnarök. Boah. Sieht schon ziemlich fresh aus, muss ich sagen. Oh. Hm. Okay. Ne, wir bleiben mal bei unserem. Hier, wo ist er? Äh. Jetzt habe ich ihn da, ich bin nicht mehr. Ich glaube, den Omen war es drin. Hm. Egal. Ich habe hier noch eigentlich nichts mehr. Jetzt müssen wir mal gucken bei den Ragnarök Challenges. Ich müsste 30.000 XP fahren. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like und einen anderen Kommentar freuen. Bis dann. Und ciao. Tschüss.